Herzlich Willkommen zum zweiten Teil aus New York und zum ich weiß gar nicht wievielten Teil wir schon von der USA Reise haben, du auch nicht oder? Einiges an Videos die schon hier auf dem Kanal gelandet sind, checkt mal die Playlist aus Olympia Qualifikation 2023, dann seht ihr die aktuellen Vlogs und könnt von Anfang an anfangen, falls ihr noch eine Unterhaltung braucht für euer Cardio. Ich stehe hier mit meinem heißen Zenit, das ist kein Saft, sondern das ist unser Metabolism Support, unser Stoffwechsel Booster, der wirklich studienbasiert den Kalorienumsatz anhebt, was wir jetzt vielleicht die letzten Tage noch ein bisschen gebrauchen konnten, um den kleinen Rest zwischen den Zahnzwischenräumen beziehungsweise Muskelfasern zwischenräumen wegzubrennen. Ich bin über fünf Kilo leichter als am Wettkampftag in Pittsburgh, klingt crazy, ist es auch, hat sich auch dementsprechend auf dem Gemüt bemerkbar gemacht. Wir gehen jetzt ins vorletzte Pump Training. Zenit wird getrunken, hier in meinem Shaker ist schon mein Pump Booster vorbereitet, den kann man sorgenfrei in der Peak Week auch immer noch benutzen. Denkt dran, ein Gramm Salz ist enthalten, dass ihr das vielleicht mit mitbedenkt und richtig cool und richtig schlau ist es, wenn man sich einfach diese Samples holt, weil dann hat man genau eine Portion, muss nichts abwiegen, kann es einfach mitnehmen, auch für den Urlaub einfach genial. So. Hoch liebe Amerika, wir sehen uns, ah, wir gehen heute ins Powerhouse. In... Machen wir das? Ja. Davon weiß ich noch gar nichts. Natürlich gehen wir heute ins Powerhouse. Na gut. Wir fahren jetzt gleich ein kleines bisschen, so vielleicht 15, 20 Minuten ins Powerhouse. Ich habe mit dem Chef schon geschrieben, weil dort gibt es jemanden, der Bodywork und so weiter macht. Mal gucken. Ich war nämlich wieder ein bisschen schief. Ganz normal. Meine Schlafposition ist beknackt. Ich verzwinge mich immer auf dem Rücken zu schlafen, aber trotzdem mit der Zeit, wenn dann, ja, mein Brustmuskel oder so wieder verspannt, dann zieht es mir immer die eine Schulter wieder hoch. Habe ich zwar selbst schon ein bisschen bearbeitet. Vielen Dank an meinen Simon, der mir heute früh in Windeseile ein super geiles Video abgedreht hat, wie ich diesen, diesen, diesen Punkt da hinten oder meine Symmetrie wieder ausgleiche. Der geht auf dich. Und wir nehmen euch mit. Wir halten euch auf dem Laufenden. Wir sind drei Tage vor dem Wettkampf, oder? Mittwoch, Donnerstag? Freitag? Also dreieinhalb. Drei Tage. Wir sind drei Tage vor dem Wettkampf, vor der New York Pro. Viel Spaß mit dem Vlog und Cheers! Sind wir soweit? Ich warte nur auf dich. Ich habe hier die ganze Zeit gestanden und gewartet und mir gedacht, wann ist er denn soweit? Braucht bitte zu lange im Bad? Ja, ja, genau. Ich habe meine Sonnenbrille gesucht, meine fancy Sonnenbrille, die du ja so schön findest auch, wie du mir erzählt hast, aber die ist im Auto. Deswegen... Ich habe alles. Ich habe mein Essen. Ich habe mein... 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 hübsches... mein hübsches Höschen. Ich habe ein neues Höschen. Schau. Hey. Das ist schön luftig für das sonnige Wetter in New Jersey. Ist toll hier. Das gefällt mir. Sieht riesig aus und da ist direkt ein Walmart und Daniel hat schon mit dem McDonalds geliebeugelt. Schau mal die Heustgeräte an. Ich habe die Heustgeräte gesehen. Oh mein Gott. Schau mal die Heustgeräte. Einen schönen Tag. Schau mal die Heustgeräte. Ich habe die Heustgeräte in New Jersey. Schau mal die Heustgeräte. Schau mal die Heustgeräte. Schau mal die Heustgeräte. Ich habe die Heustgeräte nicht mit einem Schuss. Schau mal die Heustgeräte in New Jersey. Schau mal die Heustgeräte in New Jersey. Guten Abend. Ich habe wieder etwas Neues für euch zum zeigen für meinen Betthupferl. Meine Avocado war reif. Deswegen gibt es jetzt Fisch. Chicken. Chicken, Spinat und Avocado und dann geht es ab in die Falle. Morgen ist schon Donnerstag, das heißt der letzte Tag, bevor wieder so wettkampftechnisch was ansteht mit Tanning und Check-in und so weiter. Angenehmer Tag, wir waren jetzt gerade nochmal einen kurzen Spaziergang machen zu dem einen 7-Eleven-Laden und ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht und wir sehen uns morgen. Kleine Anmerkung noch im Studio, da war das ein bisschen sehr, sehr strikt, also die wollten nicht auch wegen bestimmten Berufsgruppen, die dort oft trainieren, dass man da nicht so filmt oder die Leute mit auf die Kamera macht, deswegen haben wir uns da ein bisschen zurückgehalten. Guten Morgen. Keine Ahnung, ob ich meinen Eltern glauben soll oder nicht. Hier in meinen Genen steckt eigentlich 100% deutsches Blut, wobei ich mir nicht sicher bin, wenn ich diese durchgekämmten Locken anschaue, die ausschauen wie ein kleiner Affe, wie ein Afro, ob ich das so glauben soll. Keine Ahnung. Also, ich habe keine Ahnung, was das hier ist. Ich glaube, dafür muss man einen extra Sitzplatz im Flieger buchen. Was sagst du? Daniel sagt, da war ein Hund mit im Spiel. Da waren lieb doch Hunde so, wer weiß, was die machte. Nee, also ich bin mir nicht so sicher. Ich bin mir wirklich nicht so sicher. So schön locken auch Sinn, aber wenn man sie dann durchkämmt und für den nächsten Tag vorbereitet, dann ist das Ganze sehr fragwürdig. Ich wollte euch nur daran teilhaben lassen. Ich mache mir ein bisschen Wasser warm, beziehungsweise Tee und dann gibt es nochmal einen, ups, ich war ein bisschen nah, einen Zenit, weil es geht jetzt gleich ins letzte Pump Training vor der Show. Und ich bin schon ein bisschen am Reis futtern und ja, dementsprechend ist das Gemüt und die Birne auch wieder voll auf Kurs. Deswegen war ich gleich motiviert und habe für drei unserer Athleten, die dann ab Sonntag nach der Show am Samstag in die Improvement, also in die Off-Season starten, schon die Pläne fertig gemacht und schon die Infos und die E-Mails eingestellt, dass die dann am Sonntag direkt rausgehen. Deutsche Uhrzeit, damit die Athleten auch wissen, was zu tun ist. Wir haben gesagt, ich überlasse es euch, beziehungsweise den Klienten selber, ob sie sagen, hey Sonntag, einfach mal einen Tag lang nach Gefühl essen oder ob sie sich an ihren Plan halten wollen. Ab Montag geht es dann ganz normal weiter. Ich habe mir gedacht, ich bereite das schon mal alles vor. Dann sind die Schäfchen im Trockenen und für den Rest der Meute geht es noch weiter nach Polen auf eine Show. Die starten natürlich dann wieder in ihre Peak Week. Wir fliegen derweil zurück und ich freue mich schon, bin super gespannt. Samstag ist die NAC Deutsche Meisterschaft und die NPC Regional Show All-Star Classic in Friedberg. Könnt ihr fleißig verfolgen auf Team Zinat, dem Coaching Instagram Account und an alle nochmal einen Aufruf, nur dass ihr Bescheid wisst. Ihr könnt immer noch weiterhin bei mir anfragen, bei uns anfragen im Coaching, egal ob ihr es nur für euch selber machen möchtet, ob ihr auf die Bühne möchtet, ob ihr es noch nicht wisst, wie auch immer, über meine Homepage JenniferZinat.com. Könnt ihr ganz normal über den Kontakt ein Kontaktformular auswählen, euer Ziel eingeben und dann können wir da mal in Kontakt treten und schauen, ob das Ziel oder die Ziele auch realistisch sind bzw. eine Zusammenarbeit gut funktionieren würde. Wir stehen jetzt wieder vor dem Marriott und ich gehe jetzt ins letzte Pump Training. Wir sehen uns danach wieder, wünscht mir Glück, schickt mich auf eine letzte Trainingseinheit. Ich werde nochmal alles Blut und Nährstoffe, was zur Verfügung steht, in die Muskeln reinpumpen und dann gehen wir noch ein bisschen was einkaufen und dann ist der Job für hier, fürs Training schon erledigt. So, wir sind wieder zurück, wir haben ein bisschen was eingekauft. Ich zeige euch nochmal hier den coolsten Reis in der USA und zwar ist es dieser Instant Reis, wo man einfach nur Wasser kocht, den Reis reinmacht und in fünf Minuten ist der dann fertig. Richtig, richtig, richtig chillig. Ich habe hier nochmal Brokkoli aufgesetzt und ihr dürft euch denken, worauf ich mich freue, wenn dieser Brokkoli fertig ist. Ja, auf ein Tässchen heißes Brokkoli-Wasser. Möchtest du auch eins? Nö. Okay, was habe ich noch gefunden? Ich habe noch gefunden, voll cool, für nach dem Wettkampf White Cheddar Whole Grain Käse Reiswaffeln. Der hat zwar eine Reiswaffel, ein Gramm Fett, aber das ist es mir definitiv wert. Dann habe ich noch gefunden, salzfreie Reiswaffeln noch, wenn ich die am Wettkampftag brauche. Dann habe ich von Lust gehabt, nach dem Wettkampf, auf Datteln. Und zwar mache ich dann in die Dattel eine Mandel und ein kleines bisschen Erdnussbutter. Weiß ich noch nicht, ob ich darauf Lust habe, aber wenn ich darauf Lust hätte, hätte ich sie da. Wahrscheinlich habe ich danach auf gar nichts Lust. Und freue mich entweder brutal oder keine Ahnung. Dann habe ich noch einen süßen kleinen Honig, so einen kleinen Bär. Blaubeeren haben wir noch gefunden. Endlich gefrorene Blaubeeren waren mir dann irgendwie zu viel. Das wäre dann irgendwie eineinhalb Kilo gewesen. Machen wir jetzt gerade noch einen Tee. Gestern waren wir noch mal kurz in dieser kleinen, im kleinen 7-Eleven. Da habe ich gefunden, Skinny Dipped Cashews. Also alles, was mit Nüssen zu tun hat. Alles, was mit, ich weiß gar nicht, so auch getrockneten Früchten. Und ich bin mittlerweile totaler Fan von so Karamell geworden. Damit kann man mir eine enorme Freude machen. Dann eines der besten Snickers. Weiße Snickers ist eines der besten Snickers. Alles mit weißer Schokolade ist geil. Und Mandelsnickers. So, habe ich noch irgendwas vergessen, was ich euch zeigen kann? Ne, sonst habe ich nichts. Hier, genau. Ich habe einen Tilapia gekauft. Der war so eklig, dass ich mir jetzt wieder den gefrorenen geholt habe. Ich habe in meinem Leben noch nie so einen ekligen Tilapia gegessen. Das Tilapia schmeckt normalerweise nicht sehr fischig, sondern hat eher so ein bisschen so einen, ja, neutralen Geruch. So wie ein bisschen Pangasius. Aber der, der Fischl, so krass, dass ich gedacht habe, dass der schon schlecht ist, als ich ihn gemacht habe. Und hatte dann die ganze Zeit Angst, dass der schon, keine Ahnung, jetzt bekomme ich bestimmt eine Kotzerei oder Scheißerei. Aber es war mir egal, weil ich mir gedacht habe, ja, es steht nicht drauf, dass er abgelaufen ist. Stinkt zwar wie abgelaufen, aber egal. Habe ich gut vertragen. War einfach wahrscheinlich nur der Fisch. Vielleicht war der Fisch nicht sehr happy. Oder der Jerome hat mir mal erzählt, dass die Tilapia in ihrer eigenen Pipi aufgezogen werden. Vielleicht habe ich hier ja ein Happy Tilapia. No Phosphat. Da ist ein Fischzeichen drauf, ein Zertifikat. Egal. Denken wir nicht weiter drüber nach. Er schmeckt super lecker. Und in Deutschland habe ich aus der Metro wieder meinen Happy Tilapia. Ich kann euch noch was zeigen, was ich gefunden habe. Und zwar, was ich auch liebe, ist der Pflanzenjoghurt aus Kokosmilch oder Mandelmilch. Da habe ich einen mitgenommen für nach dem Wettkampf. Wahrscheinlich wandert dann alles irgendwie mit in den Koffer. Und was ich mitgenommen habe, ist Kokosnusswasser. Das schmeckt auch so geil. Boah, ich liebe das. Ja, ansonsten kann ich ja nicht viel sagen. Was auch so richtig cool ist in Amerika, sind diese kleinen Senfpäckchen. Und wie gesagt, der Senf hier hat irgendwie keinen Zucker drin. Auch der normale. Also entweder sie schreiben es nicht drauf oder da ist keiner drin. Und was ich noch gefunden habe, wo ich nicht vorbeigehen konnte. Ich trinke ja normalerweise keine Lightgetränke, aber ab und zu so eine Mini-Dose Cola. Und die sah so geil aus, weil die erstens mal Gold ist und zweitens mal koffeinfrei ist. Und drittens mal Gold ist und super fancy aussah. Deswegen konnte ich leider nicht dran vorbeigehen. Und ich bin erst dran vorbeigelaufen. Und dann dachte ich mir so, nee, komm, die sieht so cool aus. Nehme ich sie mit. Die sind klein. Und Daniel trinkt die auch, falls ich es nicht schaffe, die aufzubrauchen, bis wir Montag wieder nach Hause fliegen. Ich glaube, wir fliegen Montag. Ich glaube, Montagabend, gell? Bin mir nicht ganz sicher. Okay. So. Jetzt wird ein bisschen relaxed, ein bisschen ein Tässchen Brokkolisud getrunken. Und ja, soweit ist alles geschafft. Schaut euch das mal an. Ah, die letzten Reste meiner ersten Avocado. So, zu später Stunde wollte ich mich nochmal zurückmelden. Hier hinten mache ich meinen Wasser warm für meinen letzten Tee. Der Tag war ganz entspannt. Wir haben nach dem Training eigentlich nur noch gechillt. Ein bisschen was für den neuen Shop, weil wir eröffnen ja bald einen neuen Shop in Augsburg. Geplant die Banner und so weiter. Daniel hat ein bisschen designt. Ein paar Sachen noch bestellt, die anfallen fürs Dager. Ja. Sonst war nicht mehr viel los. Ich wünsche euch schon mal eine gute Nacht. Wir sehen uns morgen. Dann heißt es One Day Out. Und ja, ich freue mich. Wunderschönen guten Morgen. Formcheck ist schon durch. Wir sehen, der Körper ist noch ein bisschen füllbar. Das heißt, hier zu meiner Rechten, wieder ein bisschen Reis. Dieses Mal auch wieder richtig gekocht. Ich weiß nicht, was ich mir gedacht habe. Ich habe gestern den Reis wieder mit mehr Wasser, also nicht mit mehr Wasser, sondern mit mehr Wasser gekocht. Und dann kann ich es aber nicht so gut rechnen. Dann musste ich den kompletten Topf wiegen, weil ich wollte das irgendwie einheitlich haben, weil mein Augenmaß, das sieht immer gerne ein bisschen mehr als es soll. Und jetzt kann ich den Reis wieder perfekt wiegen, weil diesen Instant Reis macht man nämlich gleiche Menge Wasser zu Reis. Und dann hat man genau, wenn ich jetzt 60 Gramm Reis will, 120 Gramm Gewicht und kann es perfekt abwiegen. Das gibt es jetzt. Ein Käffchen habe ich schon getrunken und ich gebe noch ein bisschen Nuss dazu. Ein bisschen Spinat mache ich mir noch dazu. Und dann geht es ab in den Tag. Heute steht nicht viel an. Heute Nachmittag gibt es die erste Schicht Tanning. Der Check-In heute Abend. Und das Coole an dem Wochenende ist, das ist nur eine Pro-Show. Und bei dieser Pro-Show sind eigentlich, ich glaube, alle Klassen vertreten. Also, ich hoffe, wenn ihr das seht, ihr habt euch den Stream gegönnt und feuert aus Deutschland mit nach Amerika für mich. So, Spinat. Und ich finde, dieses Chicken sieht einfach so gut aus. Chicken Reis. Kaffee. Test hier Nummer 3 schon. Und es gibt immer noch Wasser. Es gibt immer noch Salz. Es gibt immer noch Supplemente. Es gibt immer noch Gewürze. No fancy shit. Herzlich willkommen aus dem Auto auf dem Weg zur ersten Farbschicht. Auf dem Weg zum Check-In. Wir haben bis zum jetzigen Zeitpunkt nur gechillt, gepielt, geduscht, rasiert, gegessen, geschlafen. Ich habe mich ein bisschen gestretcht, gerollt, Bilder gemacht. Gut, ansonsten gab es nicht viel. Und jetzt geht es auf. 6 Uhr ist Check-In. Bis 7 für alle Frauen. Ja, mehr ist es auch nicht. Ach ja. Ist am gleichen Standort, wo ich euch ja schon gezeigt habe, wo wir im Gym waren. Und davor noch eine Schicht Farbe. Heute, also dieses Mal ist es so, dass ich am Vorabend eine Schicht bekomme und morgen früh. Und letztes Mal war es ja so, weil der Wettkampf erst um... das Pre-Judging erst um 3 Uhr Nachmittag war, dass, ja, erste und zweite Farbschicht dann auch am Wettkampftag erst gemacht wurde. Deswegen heute eine Schicht, morgen eine Schicht. Man kann das schön nachdunkeln. Empfehle ich auch immer, wenn ihr ein Tanning selber macht, oder zum Beispiel bei uns im Shop euer Tanning kauft, egal ob Pro-Tan oder Top-Tan, dass ihr immer am Abend eben den Basecoat macht von Pro-Tan oder eben schon mal mindestens eine bis zwei dicke Schichten vom Top-Tan und dann am Morgen nur noch die, ja, die Top-Coats macht und bei Top-Tan eben noch eine Schicht zum Ausbessern. Ich brauche bei Top-Tan immer mindestens drei Schichten, also so eine gute Flasche und Pro-Tan habe ich noch nicht selber gemacht. Das kann ich leider nicht sagen, aber die meisten Athleten, die das immer machen, sagen immer so ungefähr vier Schichten. Ja, mal schauen, was wir filmen können, wo es ein paar Einblicke gibt und was für eine Nummer ich heute habe. Keine Ahnung. Wir sind auf jeden Fall, ich glaube, 24 oder 23 Athleten. Das heißt, nochmal zehn mehr Mädels als letzte Woche. 124. Wer mich kennt, weiß, meine Lieblingszahl ist nicht die 11, auch wenn ich die mag, sondern meine Lieblingszahl ist die 24. Das ist schön, aber ich gebe nicht mehr so viel auf Nummern, weil entweder man ist gut genug und gewinnt die Show oder eben nicht. Wir sind ready, die Registrierung war durch, war ziemlich, ziemlich langweilig, also einfach nur anstellen, Nummer holen, fertig und ja, jetzt fahren wir wieder zurück. Zum Abschluss des Tages noch eine Schüssel Reis, noch ein Tässchen Tee und der Reminder an unseren ZNT Deal 4 für 3 mit dem Code Jenny für die Health und Performance Produkte. Vielen Dank fürs Zuschauen, drückt mir morgen die Daumen bzw. Glück braucht man nicht. Wir werden in absoluter Bestform auf der Bühne stehen. Das ist definitiv schon mal der erste Sieg und wir sehen uns dann wieder zum Wettkampftag-Vlog.